Ich weiß nicht, in welcher Lebens- oder Erfolgsphase du gerade bist, aber wenn es dich interessiert, wie du deine Erfolgsfähigkeit steigern, trainieren kannst, dann bist du hier richtig bei diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe auch viele andere Projekte zu laufen, studiere nebenbei, bin nebenbei als Musiker tätig, schreibe an Büchern und bin auch in vielen anderen Projekten eingebunden. Und das, was mich interessiert, ist nicht nur die Ziele zu erreichen, sondern vor allen Dingen besser zu werden, ein Mensch zu werden, der mehr Erfolgsfähigkeiten hat. Und eine kleine Lektion oder ein Trainingsgebiet, eine Übung, die kann ich dir heute mitteilen. Belaute nun diese Übung, mit der du deine Erfolgsfähigkeit trainieren kannst. Sie ist ganz einfach und die kostet auch nicht viel, sie kostet dich genau 1 Euro. Wenn du jetzt diesen 1 Euro nimmst, vielleicht jetzt gerade in deine Tasche greifst, dann gibt es drei Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Die erste Möglichkeit ist, du gibst diesen Euro einfach aus, dann ist er weg. Du kaufst dir was zu essen, irgendetwas Süßes, ein paar Schritten und konsumierst, verbrauchst also diesen Euro. Die zweite Möglichkeit ist, dass du diesen Euro nimmst, vielleicht in deine Schublade oder in deine Spardose steckst und dann ist er weg. Der wird zwar nicht weniger, außer vielleicht durch die Inflation über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, aber er wird garantiert dort auch nicht mehr. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du diesen Euro investierst, dass du beispielsweise ein bisschen Obst einkaufst für eine Nachbarin, die sagt, Mensch, ich bin zu alt, um selbst einkaufen zu gehen und vielen Dank, dass sie mir dieses Obst vorbeigebracht haben, hier haben sie 2 Euro. Das bedeutet, du kannst also aus einem Euro auch 2 Euro machen. Das klingt vielleicht in deinen Ohren ein bisschen banal oder einfach, aber tatsächlich ist das das Grundprinzip, auf dem deine Zukunft aufgebaut ist. Das ist das Grundprinzip, auf dem dein wirtschaftlicher, unternehmerischer Erfolg aufgebaut ist. Denn wenn du zu den 10 Mitarbeitern gehörst, du bekommst also Ressourcen und verbrauchst diese, ohne dass du damit eine Ernte einführst, dann wird sich dein Unternehmen auflösen. Dann wirst du mit 1000, 10.000, 100.000, mit einer Million Euro, egal wie viel Geld du hast, wenn du damit startest, es wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer weniger, bis du dann schließlich insolvent bist und das Unternehmen schließen musst. Und die zweite Gruppe von Menschen sind, die haben zwar anvertraute Güter, die haben anvertraute Talente, also entweder Geld oder Maschinen oder Grundstücke oder Fähigkeiten, aber sie setzen es nicht zum Wohl von anderen Menschen ein. Nein, sie investieren es nicht, sondern packen es in ein Sparkonto, in die Spardose oder lassen es einfach brach liegen, wenn sie Grundbesitz haben. Diese Menschen, Kategorie B, werden die Wachstum haben, werden die Erfolge haben, werden die sich weiterentwickeln. Nun, die große Gefahr ist, dass durch Inflation, durch Unglück oder schließlich, wenn sie eines Tages dann sterben, einfach nur das, was sie anvertraut bekommen haben, weitergehen an anderen, aber draus ist nichts geworden. Und die dritte Gruppe, nun, ist egal, was man diesen A-Menschen gibt, sie machen aus einem Euro zwei Euro. Sie machen aus einem Kunden, machen sie zwei Kunden, aus einem Auftrag zwei Aufträge. Die machen aus einem Unternehmen vielleicht noch ein zweites Unternehmen, in dem sie eine zweite Niederlassung aufbauen. Das bedeutet also, so einfach und banal das aussieht, hier bist du eingeladen, selbst eine Entscheidung zu treffen. Was für ein Typ warst du bisher? Hast du, wenn du Geld bekommen hast von deinem Arbeitgeber, hast du es nur verbraucht für Miete, für Urlaub, einen größeren Fernsehen, ein größeres Auto, schöneres Essen, schöne Kleidung? Oder hast du Geld davon beiseite gepackt und hast es investiert, um daraus mehr zu machen? Damit du auch motiviert bist, dass es sich lohnt, so eine A-Person zu sein, gibt es eine alte Geschichte aus dem Persien, wo ein schlauer junger Mann dem König ein Schachbrett geschenkt hat. Und der persische König war so dankbar von diesem Schachbrett, auch begeistert, dass er gesagt hat, junger Mann, was kann ich dir bezahlen für das Schachbrett, wenn ich es dir abkaufe? Und da meinte der junge Mann, nun, ich will kein Geld haben, ich will einfach nur ein Reiskorn haben, was du auf das erste Feld legst. Und dann sollte dieses Reiskorn sich verdoppeln, von 1 auf 2, von 2 auf 4, von 4 auf 8. Und da sagte der persische König, nun, das bisschen Reis, das kann ich dir gerne geben, der Deal ist gemacht. Und dann fingen sie an, das erste Reiskorn auf das Schachbrett zu legen und dann 4, 8 und so weiter. Und beim 64. Feld lagen auf dem letzten oder hätten liegen sollen 18,4 Billiarden Reiskörner. Was bedeutet das für den König? Nun, er hat alles verloren, weil so viel Reis hat er ja nicht. Das heißt, der gesamte Besitz ging an den jungen Mann über. Das bedeutet, wenn du aus dem Kleinen treu bleibst, dein Euro verdoppelst, ist es erstens egal, wie viel Startkapital du hast. Ob du eine Million hast oder ein Euro hast. Dieses Geld, was du hinten draußen erwirtschaftest, das kannst du sowieso nicht mehr rausgeben. Das heißt, es ist nicht nur egal, mit wie viel Geld du startest. Du kannst mit einem Euro anfangen. Viel wichtiger ist, dass du darauf achtest, kein B- oder C-Mensch zu werden. Jemand, der nur aufrecht erhält oder jemand, der das ausgibt zum eigenen Konsum. Deshalb achte darauf, dass du jeden Euro, den du hast, jede Maschine, aber auch deine Zeit und deine Talente, deine Fähigkeiten so investierst, dass du sie verdoppeln kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht zum Abschluss, ja, wie geht denn das Verdoppeln? Nun, wenn du einfach den Euro auf die Straße legst oder verschenkst, das ist unwahrscheinlich, dass was zurückkommt, sondern hier ist dein unternehmerisch Denken und Handeln gefragt zu gucken, wo du mit diesem Euro ein Problem lösen kannst von anderen Menschen. So wie bei einer Rentnerin, die zu Hause nicht mehr in der Lage war, selbst sich das Obst zu kaufen. Hier hast du eine Dienstleistung angeboten, nämlich das Obst zu transportieren. Und du hast deine Zeit investiert und hast aus dem 1-Euro-Wareneinsatz dann 2-Euro-Einnahme gemacht. Und so ist die Wirtschaft aufgebaut, dass du dir also Möglichkeiten suchst, wo du anderen Menschen Probleme lösen kannst und die dich bezahlen. Das heißt, wenn du mit einem Euro etwas einkaufst und für 2 Euro weiterverkaufst, ist das eine Möglichkeit, wie du ihn verdoppeln kannst. Aber denke bitte hier nicht nur an Geld. Denke vor allen Dingen auch an deine Zeit, die du hast, dass du die Stunden, die du am Tag oder am Wochen hast, investierst in andere Menschen. Die meisten sind deshalb nicht erfolgreich, weil sie den größten Zeitraum verbringen, zu Hause auf der Couch, vom Fernseher, von Netflix, beim Fußball gucken, indem sie anderen Menschen dabei zugucken, wie die erfolgreich werden. Und das ist egal, ob du in ein Fußballstadion gehst, das ist egal, ob du dich in einen Kinofilm setzt. Du guckst dabei zu, wie andere Menschen erfolgreich werden. Und du dienst anderen Menschen nicht, sondern du gibst anderen Menschen die Möglichkeit, dir zu dienen. Heißt das, dass du keinen Chill-Out oder keine Erholung mehr haben sollst? Natürlich ist das möglich, aber achte darauf, dass du die meiste Zeit, die du hast, auch investierst, mindestens die Hälfte deiner Zeit darin, anderen Menschen Probleme zu lösen. Dann wird sich auch das verdoppelnde Ertrag vergrößern. Und das Dritte, worauf du achten solltest, dass du auch Fähigkeiten hast. Egal, ob es die Fähigkeiten sind zu sprechen, zu überzeugen, zuzuhören, etwas zu malen, etwas zu programmieren, etwas zu stricken, etwas zu häkeln. All diese Fähigkeiten sind auch geeignet, wenn du sie investierst in die Problemlösung anderer Menschen, dass der Markt dir etwas zurückerstattet in Form von Geld oder anderen Kompensationsprodukten. Und du bist eingeladen, all dein Besitz, all deine Fähigkeiten, all dein Zeit, all dein Geld zu überlegen, wie kannst du es einsetzen, dass es sich verdoppelt, dass es mehr wird. Und wenn du diesen neuen Gedanken, dieses Muster installierst, dann ist nur eine Frage der Zeit, wann du dann 64 Euro aus einem hast oder Tausend oder Millionen oder sogar Billiarden. Die Entscheidung liegt heute bei dir. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur über 40 Berater bei uns im Team, sondern arbeiten auch bundesweit und können dir dabei helfen, so einen belastbaren Finanzplan, Businessplan, Kreditantrag, Fördermittelantrag abzubilden, damit du dein Unternehmen starten kannst. Egal, ob du 1 Euro brauchst oder 25 Millionen Euro. Denn das sind die Fördermittel, die Gründer zurzeit in der EU bekommen können. Nutze also unser kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen, unseren Videokanal liken, abonnieren oder weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du ein A-Mensch bist, bleibst. Und dass du nicht nur dein Geld, sondern deine Zeit, deine Fähigkeiten, deine Beziehung, alles verdoppelst, indem du es für andere Menschen zu deren Wohl einsetzt. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Bis zum nächsten Mal.